. 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 Ja, das ist gut, weil der, der das da deponiert hat, der mit dem ... Ja, ja. Es gibt noch viel mehr Wappen. Wo? Kommt das noch? Hier auch nicht. Wahrscheinlich, ja. Ist das ein richtiges Denkmal eigentlich? Wahrscheinlich jedes Jahr wieder. Da ist sogar einen in Stein gemeißelt. Ein Berg? Nein, nebendran. Ja, der Kopf da oben liegt. So all die Schweizer, die da so mehrere ... Patrioten, meine ich? Ja. Idioten. Die Biers. Das ist viel grösser. Ich weiss, es ist so schön. Ich weiss, es ist so schön. Ich will doch nicht, dass es eingeht. Ja, musst du mal liegen. Also hast du versuchten. Aha. Du wirst verständlich. Ja. Also hier war etwas anderes, hohe Winden. Ja. Da bin ich auch mal drin, aber ich mag mich nicht mehr so gut erinnern. Ich glaube, da hat es einen hohen Winden. Der Band gibt es schon. Ja. Ja. Ja, das ist ein Geister. Ja, ja. Ja, ja. Schön wie es glitzert. Also die können gar nicht ausweichen. Nein. Zu oben wird es besser. Die haben ja nicht viel Schatten. Gut. Ihr wartet und schaut sie zu. Was gehen? Ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Das ist so gut. Gut. Ich weiss nicht, es geht hier rechts runter. Wir filmen das einfach ohne Kommentar. Weisst du, die Gralmire und die Leute sind sich im Ausland schuldig. Ja. Aha. Ist doch gleich. Wollen wir durch das Kalb runterladen? Nein, es ist gut. Das kennen wir jetzt. Drei Minuten. Probieren wir es. Ja. 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 Aha. Das ist so verrückt. Das ist so wie die Eiger Nordwand. Wie ist die Wand? Das ist hoch, nicht? Nein, total. Dann kommt man auch hoch. Kessiloch. Wirst du nicht noch etwas von Kessiloch erzählt haben? Ja, das Kessiloch. Das ist das Loch Ness. Das Nessiloch. Das Nessiloch. Das geht nicht. Das Häuschen ist ein volles Geld. Ja. Ich muss mir überlegen. Ich habe jetzt noch keine Idee. Haben wir die Zeitverbote selber achtet? Ja, das haben wir ja sehr schon. Das ist schön. Das ist schön. Ich weiss, dass du was gehalten bist. Das ist gut. Komm, wir sind zwei. vom Nessiloch. Von Nessiloch. Von Nessiloch. Den Nessiloch. Das ist gut. Von Nessiloch. Das ist gut. Das ist auch ein wunderbares Geheimnis. Und dann habe ich die Glockenschilder fotografiert. Die haben so wunderbare Glockenschilder in England. Kannst du gut Englisch? Ja, es geht nicht mehr. Jetzt wenig mehr. 2-3 Jahre bist du in England? Ja, 3-4 Jahre. Wo im Süden? Oder in ganz England? Ja, um, wenn ich in England bin. Ja, dann kannst du ja ein bisschen ausschlafen. Ja, ja. Wolltest du dir etwas sagen? Das war jetzt ein schöner Tag. Danke dir für den schönen Tag. Was ist es? Was ist es?